und willkommen zurück zum let's play zombie army der letzte mal überstecken blieb wir haben die belagerung überstanden und ab sofort ist das der absolute plan für mich denn mehr weiß ich absolut nicht was noch passieren wird jetzt heute hier jetzt ziel erreicht jetzt ist er der fehler das letzte offensichtlich die schlossen gar nichts mission abholen aus dem nebel ja mal weiter das wird jetzt sein den wald schloss hitlers mountain castle getting in will not be easy getting out again will be harder still der mysteriös keystone you seek is somewhere inside what other horrors will you find within tja da wird auch mal gespannt drauf richtig gespannt zuladung bestätigt zuladung bestätigt schützt von mir also nichts gutes noch mal hier und goldmann hier flaschen ok we escaped from the castle but we dropped our supplies when zombies attack further up the park can you find them for us oh oh mancher ist dann weg zurückgekommen oder was mal gucken ob ich zu finden wir halt da haben wir schon was kach 90 konditionen führers expeditions have been raiding burial sites across the globe and taking their contents i believe there such a site right under this castle my research convinces me there is a treasure in that crypt it should be in a secret compartment under one of the contents werdensk tepore ok vorwetter oh vorwetter 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 weg 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 ich nehme gerne an die empfiefe trotzdem habe ich immer noch schnell wieder er bekommt immer sprach ich wirklich mit zum finden oder wo wir finden kann uhr und muss das nicht aus ich das jetzt verstehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 kein rahmen Das ist füß. so war das jetzt die beschwörer alle auch hier haben wir noch ein paar Sniper am Start ja tut mir geteilt ja tut mir geteilt ja Merk-Schwörer oh meine frusty control house you test oh 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 die flasche sehe ich da so doch die schwörer doch jetzt endlich das keine wiederbeleidung für das neue buch nicht so was zufrieden so das war nicht kann man nur erwischen, wenn man auch so 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 also geht doch das ist die schwergepanzerte Elite, die sogenannte ok so 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 ziel aber jetzt so 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 wie altas auch anders so Ich schätze die einen einfach mal ein bisschen mit Pro Gun hier. Nein, da kommt direkt wieder, sauber das Gebiet. Ich bin mir schon, was noch auskommt hier jetzt. HZ-Fickern kann ja mal sein. Seiden. Seiden müssen noch tausend Meter. Seiden müssen noch tausend Meter unter die Erde. Ich weiß nicht, ob der Adi hier auch noch irgendwie... Ich weiß nicht, ob der Emihre ist. Ich weiß nicht, ob der Emihre ist. Ich weiß nicht, ob der Emihre ist. Aber die Emihre ist nicht mehr. Schöne Mastracht wieder auf, ja. So hier aber nicht mehr. Oh man, ich war voll. Schöne Mastracht wieder auf, ja. Geh mir Katz-Zombies. Ich bin Katz-Zombies. Unter mir. Kuchen sagt. Aber das ist alles. So, ja, wurde ich noch da. Ach so. Kann auch nicht schwer sein. Gefordert jetzt. Wollen wir sich auch mal ein bisschen sammeln. Ich bild mich immer noch diese Zielerei, so. Ich finde ein Versteck. Da, da ein Versteck. Aber jetzt ist es Zeit. Goodbye, mein Freund. Goodbye. So sieht er da so aus. Na ja, jo, Leute. Ich muss sagen, ich mache hier gerade schon ein Cut. Ist doch noch ein bisschen früh. Aber, da ist die letzte Folge, ich jetzt heute aufnehme. Wenn ich hier beende, wenn ich das weitergebe und dann beende, ist das Problem. Ich muss nochmal neu starten. Das würde ich nicht. So, mach ich das hier einfach einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Let's Play Zombie Army Phryologie. Bis dahin. Ciao.